Mein Wahlkampfteam und ich, wir drücken im Winter 2011-2012 auf viele Klingeln. Wir versprachen wiederzukommen nach meiner Wahl. Wir hinterließen kleine Flugwetter mit den aus meiner Sicht fünf wichtigsten Themen für die Stadt. Auch jetzt, weit über zehn Jahre später, sind dies immer noch meine wichtigsten Themen. Erstens die Abschaffung von Kinderermutung kostenlosen Kinderbetreuung. Zweitens preiswerte Wohnungen. Drittens die internationale Beziehung stärken und ausbauen. Viertens Fluglärm reduzieren. Und fünftens eine Stadt für alle, auch für die Seniorinnen und Senioren, schaffen. Soweit die ersten Drittel von den ersten und achten Kapiteln. Und jetzt Sie.